So, jetzt nochmal ganz speziell auf Wunsch für meine geliebte Sister Nicole, Macaroni Pervers. Wie macht man Macaroni Pervers? Das ist das geilste, das mache ich mir heute, das geilste und billigste Essen, 3xG, also 3G, geil, günstig und, was war das dritte G? Mir fällt es gerade nicht ein. 3xG auf jeden Fall, das ist die 3G Beschleunigung fürs Brain, das ist unglaublich wie geil das ist. Und eine Milliarde Asiaten können Sie nicht irren, Molunatrimglutamat ist das geilste Zeug, glaubt mir, die können Sie nicht irren. Macaroni, kochen, im Sieb auskippen, in eine Pfanne rein, in die Pfanne Butter, Paniermehl, Goldknusprig braten, das Ganze, ja, so die Macaroni, die müssen mit der Butter und dem Paniermehl in Symbiose gehen, ja, in Symbiose, das ist ganz wichtig. So, dann irgendwann, wenn diese Farbe erreicht ist, werden mitunter 3 Kulani Küken darunter beerdigt, ja, ja, immer schön wenden, 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 ja. Dann wird diese ganze Scheiße, diese ganze Pampe auf den Teller gekippt und der Grad der Perversität dieses Gerichtes richtet sich danach, wie viel ihr von dieser braunen Plürr ihr da drüber gießt. Und glaubt mir, aufgrund dieser Magi-Flasche könnt ihr euch vorstellen, ich bin verdammt pervers.